Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Staffel 6. Ich habe hier ein wenig weiter gebaut. Ich habe hier eine Truhe. Ihr seht, ich habe hier schon monstermäßig viel Erde gescheffelt und das wollte ich euch einfach nicht antun. So, so, ein bisschen Cobblestone haben wir immer auf Tasche, beziehungsweise die Kohle können wir auch mal hier reintun. Und die Hexe wurde hier lauter. Ja, zu lachen. Und ich war hier gerade, und hier ist auch ein Zombie drunter, also hier ist irgendwo eine Höhle, wo wir in wenigen Augenblicken wahrscheinlich draufstoßen werden, wenn wir hier den Stein abklopfen. Wir haben hier ein bisschen platt gemacht. Ich kann das ja auch dann mal ganz kurz von oben zeigen. Zeit genug ist ja. So, 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 so sieht es von oben aus. Das Stückchen, da habe ich jetzt hier, das wollte ich dann doch lassen, oder bis hierhin, auf jeden Fall. Bis hierhin und bis zu der Ebene. Aber was hier unten ist, da weiß ich noch nicht, was ich da mache. Ob ich da so kleine, kleine Wohnungen nur reinschlage, das wollte ich mir dann auch später so überlegen. Aber es werden wahrscheinlich nur ein paar kleinere werden. Hier ist ein kleiner Wald, ein kleiner Park soll hier entstehen, habe ich mir so gedacht. Und da sollen die alten Eichen, glaube ich, auch bleiben. So, dann ist er hier, das Stadt der Heide, das ist eh ganz grün und ringsrum im Berg soll eben Häuser hinstehen, die etwas höher sind. Und eben genauso wie da, sozusagen hier jetzt geht es den Berg hoch und wie ihr seht, ist ja auch Haus an Haus. Hier kommen noch die Häuser weiter am Hang hoch. Und das sieht dann bestimmt am Ende ganz schnicker aus, finde ich. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr euch für Wände wünscht. Ob das jetzt hier so Lehm und Holz, nur Lehm, nur Holz. Oder bestimmte Verbindungen aus verschiedenen Holzsorten und Lehmfarben, gebrannten Tonen, spreche ich da ganz besonders an. Es kann natürlich auch der gute alte Ziegelstein sein oder sogar der etwas teure Steinziegel. Ach ne, andersrum. Der teure Ziegelstein und der schöne Steinziegel. Nicht schon, wir wechseln. Der Ziegelstein ist rot und der Steinziegel ist grau. Aber sieht alles beides hübsch aus. Das muss man meinen. So, dass wahrscheinlich die meisten Häuser dann aus gebrannten Tonen gemacht sind, macht das ja eigentlich Sinn, die Lehmbrennerei aus diesen Lehmbricks zu machen. Das sind Lehmziegelsteine. Klingt eigentlich viel besser zum Verständnis, wenn ich Lehmziegelstein sage. Weiß nicht, hieß das mal früher so auf Deutsch? Lehmziegelstein? Wegen Claybricks? Das heißt ja Claybricks, Lehmziegel. Weiß jetzt wieder leiser. Ich gehe mal den Lachen nach. Immer den Lachen nach. So, also vier Bäm-Bäm. So, müssen wir eigentlich gleich auf so eine Höhle stoßen. Dann müssen wir da noch tiefer scheffeln. Tiefer möchte ich nicht scheffeln. Aber das ist mir recht, da bleibt die Hexe dort, wo sie ist, dort unten im Keller. Und da kann sie auch dort bleiben, wo sie ist, denn hier oben braucht die niemanden. Nicht, dass die dort irgendwas plant. Ich hatte ja letztens schon den Hexenangriff, wo ich die Kapelle da ein bisschen geguckt habe, wie ich das alles dort platziere. Und wo ich da den Boden reingenommen habe, in der Kapelle, da ist folgendes passiert. Unter der Kapelle ist ein kleiner Höhengang. Dieser kleine Höhengang hat sich, glaube ich, in drei Weggabeln oder zwei, ich weiß es gar nicht mehr richtig, gegabelt, die sich wiederum gegabelt haben. Schönes Klavierspiel. Und da waren Hexen. Massenhaft. Ich glaube, vier Stück, die habe ich dann zusammen mit Enrico platt gemacht. Wir schwingen uns mit ein wenig Atembrot. Oh, guck mal hier. Innen im Rathaus leuchtet es wunderschön. Da leuchten die Fensterläden. Äh, warte, so, 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 so und... So, ja, so, 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 perfekt und zack. Wahrscheinlich der Enrico sagen, schlafen, schlafen. So, da sind wir wieder. Uh, super. Ich werde mir jetzt gleich mal ein Screenshot machen. Bäm. Und, ja, wir sind Level 30. Könnte man ja eigentlich verzaubern, ne? Könnte man. Hier kommt eine doppelte Wand rein aus Gründen. Weil das hier ein bisschen anders gestalten wird. Das hätte auch gepasst, ne? 3, 3, 3. Und hier wären wir jetzt jetzt 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dann machen wir noch Mitte 5. In der Mitte kommt ein Fünfer. Das passt doch. Und wenn das jetzt schon so ein Haus wird... Dann brauchst du mal Zeit. Das wird ein schönes Haus. Schönes Großes vor allem. Ein schönes Großes. 5 hoch erstmal. Genau, weil hier oben ja... der... Balken hin kommt. Ein schönes Klavierspiel. Ich glaube, das war ein neues Lied. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. So. Jetzt müssen wir hier rüber gehen. Nee, noch nicht. Noch nicht. Noch müssen wir nicht rüber gehen. So. Das ganz nach drüben. Ouch. Irgendwie juckt es mich schon in die Fingern, dass ich hier irgendwo schaue, wo die Hexe abgeblieben ist. Aber eigentlich will ich auch mit ihr nichts zu tun haben. So. Hier kommt die Tür rein. Na, das schaut doch schick aus. Das schaut doch schick aus. Genau. Da tun wir hier noch ein bisschen... Das nach oben ziehen. Ja. Ja, ja. Das hat was. Das sind große Gebäude. Große Gebäude heißen, viele Einrichtungen sind möglich. So. Ich möchte jetzt nicht alles hier für diese ausgeben, aber... Ja, so. Siehst du? Das sind nämlich auch schon 60. Die gehen nämlich schnell drauf. Wenn ich das jetzt so mache. So. 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 Und so. Klappt das ja still ist dich. Upsala. Kein Wegpunkt machen. Danke. Äh. Fangen wir mal an. Hier drüben. Da. 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 Und da. Hehe. Ist ja auch witzig. Wie ist das? Ist das genauso wie vorn? Ja. Also brauchen wir hier nur was draufstellen. So sozusagen. Na. Genau. Die ist es natürlich mit Decke. Da kommt hier einer hin. Und wenn hier einer hinkommt. Das ist symmetrisch. So. Hier. Da. Da. Hier müssen wir noch ran machen. So. Machen wir hier erdeln. Am besten. Am besten machen wir hier erdeln. Und dann können wir sagen. Das Deal. Seite hier. Genau. Genau. 1, 2, 3, pöp, 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 pöp. Da haben wir es ja. Müssen wir mal gucken. 4 hoch. Na das kann man auch so machen. Müssen erstmal hier. Jetzt die Halbstufen. Entsetzen. Guck mal hier. Die Fackel können wir gleich einmal wegnehmen. Die ist ja fehl am Platz. Die Stufe ist auch fehl am Platz. Ach. So. Hier kommt was in die Mitte. Zack, 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 zack. Sollen wir einmal rum? Nee, hier fehlt noch was. Am Schluss. Jetzt kommen die kurzen Lieder. Mal ganz kurz schauen. Ist aber schon random, oder? Das ist random, ja. Das ist random, so. Wir wollten unten jetzt den da noch mit ansetzen. Das ist ein bisschen schöner ausschaut. Jetzt haben wir das so. Hier muss man da mit Erna noch aufschütteln. Und der Weg hier nach unten oder nach oben, das wird kontinuierlich auf der Ebene stattfinden. Kontinuierlich. Wird eh noch ein bisschen der Weg angepasst. Nämlich die Ecke, die, äh... Ja, die ist zwar schick. Ah, wir können hier so Winkelgassen reinbauen. So richtig enge, mittelalterliche Häuser. Das... Das gefällt mir sehr, sowas. Schaut doch schick aus. Ähm... Wir wollten jetzt das so machen. Und da ist das... Eins, zwei, drei, vier... Und beim fünften kommt das Ding wieder hin. Also wie unten, ne? Wie unten. Wie unten. Wie unten. Eins, zwei, drei, vier. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ich zähl mal nochmal. Vorsichtshalber. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So ist es zumindestens erst mal. Können wir es erst mal so vorziehen hier. Eins, zwei, eins, zwei, drei, vier. Wir haben noch ein bisschen was. Wie viel haben wir noch? Der letzte Steck. Autsch. Ne, da sollte keiner hin. Da sollte keiner hin. Autsch. Jetzt müssen wir was essen wieder. Sonst können wir hier nicht weiterarbeiten. Eins, zwei, drei, vier. Wir müssen hier... Geschickt rangehen. An die ganze Sache. Fichtenholz ist ja noch genug da. Und wenn wir keins mehr haben, dann gehen wir welches fällen. Ganz einfach. Zack. Okay, die Sonne wieder runter. Noch nicht, noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Das hat schon so ein bisschen was. Wird schon größer. Wird schon größer. Ja, das hat was. Müsste ich auch die Laterne umsetzen. Könnte ich eigentlich machen. Die Laterne umsetzen. Hier ist eine Stufe. Wir gehen schlafen. Geht noch nicht. Wir können noch nicht schlafen. Guck mal, da kommt hier ja auch so eine Treppe hin. Da auch. Da auch. Guck mal, wir gehen jetzt mal hier unten schlafen. Und schlafen gehen. Bis morgen. Ciao, ciao. Ciao, ciao.